So, der Handicapter Gegner ist ein Nobel. Die müssen, äh, was war das? Lucian, Fiora, Garen. Lucian, Vayne, Fiora, Garen. Solche Sachen müssen die picken. Also ich würde sehr gerne Varus spielen. Ich würde sehr gerne Bard spielen. Bard, Varus hört sich doch geil, ja. Also was willst du denn bannen? Was wollt ihr haben? Egal was du bannst, weil die ja Nobel spielen müssen. TFX, FF. P oder T? P, F, X, F, F. Aber warte mal, muss ich dann anfangen mit hier? Mit dem F oder muss ich mit P anfangen? Mit P, wir sind links, oder? Keine Ahnung. Wir sind redset eigentlich. Ja, aber man liest das in der Champs-Bedek von links nach rechts. Jetzt nicht für Yowa-Bahn, ne? Ne, ne. Ja, stimmt natürlich. Bei F? Aber auf der, für die Karte... ... 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 Wanda? ... ... ... ...